Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Sehr, sehr viele haben mir gestern nach dem offiziellen Face-to-Face geschrieben und nach der Pressekonferenz. Ey, was hat die Israel Adesanya da bitte an? Was ist bitte mit ihm los? Warum macht er sich selbst zum Hund? Und jetzt habe ich für euch die Erklärung, was das Outfit von Israel Adesanya eigentlich bedeuten sollte. Er ist wirklich dafür bekannt, sehr, sehr interessante Dinge immer wieder rauszuholen, wie beispielsweise das Death Note, was er einmal vor dem Kampf gegen Robert Whittaker ausgepackt hat. Darüber hinaus seine Läufe in das Octagon, direkt diese Walk-Ins sind einfach wirklich richtig krass bei Adesanya. Da macht er immer eine Show und man kann sagen, was man will. Der Typ ist ein Entertainer durch und durch. Und sein Outfit hat hier auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Erklärung, die höchst interessant ist und ich euch jetzt auf jeden Fall vorstellen würde. In diesem Video sprechen wir nun darüber, lasst also gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME, könnt ihr mich supporten. Der in Nigeria geborene Kiwi trug ein gestraftes Hundehalsband um seinen Hals bei der Pressekonferenz, als er sich vor seinem Kampf gegen Pereira an die Medien wandte. Obwohl Adesanya zweifellos einer der modischsten UFC-Stars überhaupt ist, waren sehr, sehr viele verwirrt über die Bedeutung seines einzigartigen Halsbandes. Es war auch tatsächlich nicht wirklich wie ein Hundehalsband aus Leder oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich wie eine Fessel aus Metall. So sah der Style halt aus und viele haben sich halt gefragt, was da los ist. Adesanya sagte, ich bin ein Dog, ich habe ein Hundehalsband um mich herum und ich werde es loslassen. Ja und dadurch ist er inspiriert von dem Schauspieler Jet Li aus dem Film Unleashed im Jahr 2005. Das war wirklich ein sehr, sehr krasser Film in Bezug auf Kampfsport und Adesanya sagte, dass das auf jeden Fall eine Anspielung darauf ist, dass er einfach diesen Hund in sich hat. Dass er diesen Hund in sich hat, welcher gelöst werden muss. Ja, er will sich von der Leine loslösen und wirklich seinen Gegner wehtun und ihn verletzen. Und viele fragen mich, wie ist der Plot des Films eigentlich? Und darum geht es. Ein junger Mann namens Danny mit chinesischer Herkunft wird von seinem Besitzer, dem skrupellosen Geldeintreiber, auf Kunden angesetzt, um mit Brutalität und asiatischer Kampfkunst die Ziele des Auftraggebers durchzusetzen. Das geschieht aber nur dann, wenn er ihm das Halsband abnimmt, weil er ein Sklave ist. Erst dann kann er halt wirklich alles entfesseln, deshalb auch der Film Name Unleashed entfesselt. Sind die Gegner besiegt, legt er ihm wieder das Halsband an, um ihn zu kontrollieren. So wird er ganz klar und deutlich letztendlich einfach nur dann freigelassen, wenn er es muss, wenn er die Arbeit erledigen muss. Und dadurch möchte Adesanya ebenfalls genau das in diesem Kampf erreichen. Er möchte sich entfesseln, möchte all seine Kräfte loslassen, all seine Skills loslassen, um seinen Gegner und seinen Auftrag auszuschalten. Interessante Anspielung. Ich bin gespannt. Adesanya hat sehr, sehr viele Referenzen auf Filme, Animes und, und, und. Ein sehr, sehr cooler, entertainender Typ. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Was denkt ihr darüber? Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.